Ja, Tor ist auf. Jedes Jahr verleiht die Deutsche Bank in Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthilfe den Sportstipendiaten des Jahres ein. Sie hat keine Ahnung, null Plan und ich darf jetzt die Sportstipendiatin des Jahres 2022 überraschen. Überraschung! Herzlichen Glückwunsch, du bist die Sportstipendiatin des Jahres 2022. Hallo Leonie! Dankeschön! Der Preis bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Ich bin jetzt auch zum zweiten Mal schon unter den Top 5 und dass ich jetzt gewonnen habe, ist natürlich die Krönung.